Sauber ist ein Schweizer Motorsport-Rennstall mit Sitz in Hinwill im Zürcher Oberland, das von 1982 bis 1991 in der Gruppe CD4 Sportwagen-Weltmeisterschaft startete und gegenwärtig in der Formel-1-Weltmeisterschaft engagiert ist. Bereits von 1993 bis 2005 beteiligte sich das Team an der Formel 1. Ende 2005 wurde es vom Automobilhersteller BMW mehrheitlich übernommen und blieb bis zum Rückzug der Marke Ende 2009 als Formel-1-Team unter dem Namen BMW Sauber F1-Team bestehen. Ende 2009 ging es wieder vollständig in den Besitz von Peter Sauber über. Das Team ist technisch und politisch eng mit der Scuderia Ferrari verbunden. In der aktuell laufenden Saison 2016 tritt Sauber wie schon im Jahr zuvor mit Markus Eriksson und Philippe Nasran, Sportwagen-Weltmeisterschaft. Das Team wurde 1970 von Peter Sauber als PP Sauber AG gegründet, um Sportwagen zu bauen. Zur finanziellen Absicherung des Unternehmens bot Sauber kurze Zeit später auch Service-Dienstleistungen für Personenwagen an. Ab 1982 nahm Sauber an der Gruppe C der Sportwagen-Weltmeisterschaft teil. Die größten Erfolge hatte das Team 1989 und 1990. Mit dem Franzosen Jean-Louis Schlesser gewann es in beiden Jahren sowohl den Fahrer- als auch den Konstrukteurs-WM-Titel. 1989 siegte Sauber mit dem C9 mit Mercedes-Motor bei den 24 Stunden von Lehmanns. Fahrer waren Stanley Dickens, Manuel Reuter und Jochen Maas. Legendär ist darüber hinaus die Nachwuchsschule des Teams aus den Jahren 1990 und 1991. Sowohl der spätere siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher als auch der Grand Prix-Sieger Heinz-Harald Frenzen und der spätere vier GT-Weltmeister Karl Wendlinger wurden bei Sauber ausgebildet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017